Starte ich jetzt! Herzlich Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Mario Kart 8 auf der Nintendo Switch mit mir von der Game Pass als Hobby und zu Gast mal wieder mit ReaLexus und Marvin, alias Duckwitz. Moin! Moin! Und zu guter Ersten Welt nehmen wir natürlich die Königische Rennpisse und los geht's. Dann einspielen, von seinem Video importiert kannst du dann schön so Königische Rennpisse. Hm. Jeder, der mal die Videos gesehen hat oder der Lexus-Science weiß es. Ich glaub das weiß mittlerweile jeder. Jeder, der zumindest guckt. So, und eine Sache hab ich noch an alle, die da draußen zum Beispiel von Löher schauen. Wenn ihr auch mal mitspielen wollt, guckt auch gern auf deinen Discord vorbei und dann könnt ihr uns fragen. Ja. Und wenn ihr eben spenden wollt, dann spendet ihm, weil die Links dafür gibt's in der Beschreibung. Das Geld kommt so gut an der Playstation 5, die er demnächst kaufen möchte. Ja, weiter, weiter. Für ne Playstation 5. Denn er möchte im nächsten Jahr, beziehungsweise im kommenden Jahr, God of War Ragnarok anspielen. Ja, nicht nur anspielen, durchspielen für euch. Durchspielen ist nicht egal. Für euch, mit euch und keine Ahnung. Aber natürlich alles ohne dieses A. Beste, ähm, bester Spielname. Herzlich willkommen zu God of War Ragnarok. Aaaaah! God of Aaaaah! God of Aaaaah, ja. God of Aaaaah! Wer ist denn der hinter mir? Der Marvin hat's doch auch bei mir gemacht mit seinen Feuerbillen. Aaaaah! He, ich hatte keine Vor- hatte ich? Das klingt immer so nach Chris Tucker von Waschauer. Echt jetzt? Ich kling wie Chris Tucker? Nein, diese Aaaaah! Aaaaah! Das macht er doch auch überall. Echt jetzt? Wieso ist Löhr eigentlich so weit vor? Ja, ich kenne Chris Tucker vor allem aus dem Musikvideo von Michael Jackson. Also ich weiß, wer Chris Tucker ist. Boah, ich bin siebter! Ich bin dir da! Was ist los, maximal erster? Ja, und Löhr, wir brauchen deinen Platz. Minimal erster. Okay, Löhr, wir wissen nicht so. Ohne Komms wäre ich jetzt maximal dritter und minimal erster. Ah, das ist ein Pilz! Oh. Aber ja! Weil ich habe die vorhin verloren. Ah, blauer Panzer! Ach man, was soll der Mist? Ja! Juhu! Das ist schön! Wie ist denn der Löhr eigentlich? Der ist genau einen Zentimeter vor mir! Ich bin ganz weit hinten überholt. Du wundert mich schon fast. Löhr, wenn ich nach hinten schaust, siehst du wie ich komme. Äh, nein. Nee, das würde ich keine sehen. Das meinte über dich. Ihr habt alles Vorstellungen hier. Ah, nein! Ja, doch! Und ich bin erster! Och, Marvin! Oh, Löhr, danke, dass du so nett bist und mir den ersten schenkst! Ja! Hm, die ganze Zeit erster, weißt du? Ja! Habe ich dich getroffen? Als ob du da dritter bist! Nein, was ich nicht von meiner Seite weg gehauen würde. Danke! Bitteschön, mit mir hat man's gut. Wolltest du gerade sagen zu Löhr, ich liebe dich? Ja. Hab ich doch. Das hat man aber gerade noch nicht gehört. Das hat man also nicht verstanden. D.K. Jungle! Das war wirklich das legendärste Rennen, was wir jemals hatten. Und das klappeste. Du hast mir drei Punkte geklaut. Na und? Ey, ich erinnere mich noch, wie wir die Strecke gefahren sind und am Ende bei der Abkürzung wollte mich Löhr ganz lässig überholen, rammt mich und wir beide fliegen runter. Und ich komme einfach zu straight durch die Mitte geraten. Ja, und dann kommt ausgerechnet der Schleicher von hinten auch noch persönlich an und gewinnt den Scheiß auch noch. Ja, aber wirklich. Komm schon, nö, ich krieg dich, ich krieg dich, ich krieg dich. Komm hier, ey! Auf weiter. Oh nein! Scheiß Dreck! Oh Gott! Ey, die Computer sind schon auf Schwierig. Warum sind sie so weit hinten? Weil die leicht sind. Die sind doch schwer. Ach, schwer kannst du hier nicht ernst nehmen beim Mario Kart. Oh, wir drei, wir drei sind schon die Computer, die Besten. Geh weg! Löhr! Was denn? Hau ab mit deinem Panzer! Ja, ich bin ja, ich bin ja auch weiter vor. Ne, der musste weg, Löhr, der musste weg, weil der nervt mich. Achso. Obla, obla, obla! Wir hatten die Bananenlieferung bestellt! Nein! Oh, Alter! Ey, ich hab's dich nicht erwischt. Ne, ich stand direkt nebendran. So'n Mist. Habt ihr eigentlich gewusst, dass wenn ihr in eine Richtung beim, 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 äh... Ja! Beine! Wie geht das mit dem Bomberang um die Kurve werfen, ey? Habt ihr eigentlich gewusst, dass wenn ihr in eine Richtung drückt, dass ihr dann nur noch in die... Oh, leck mich auch mal! Was? Ah! Feuer, Feuer, Feuer! Stein, 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 Stein! Klauer! Na! Ne! Ja! Er hat mich nicht getroffen! Oh, danke, Spiel! Ah! Nein, du trommel! Komm! Komm! Habt ihr alle was? Habt ihr alle was gegen mich? Das gibt's doch nicht! Aua! 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 ganz einfach runterfallen. Das ist leicht. Du musst einfach nur nach links lenken und nach rechts, dann musst du schon weg. Ah, schon wieder gleich dann. Alter, es ist dunkel im Zimmer. Muss ich meiner Mutter helfen beim Hochdruck? Alles klar. Wie schnell sind die beim Einkaufen? Wo wohnt ihr denn? Über den Rehme? Nee, wir wohnen eine Straße entfernt vom Kaufland. Oh, Kaufland ist super. Da gehen wir auch nur einkaufen. Ich habe mir mein Gefühl, eine Stunde sind wir in Kaufland. Wir machen keine Kaufland-Werbung, ja? Regal! Die kaufen ja immer mit 150 Euro ein. Wenn der Michael Wendler dann in dem Regal stehen wird, dann würde er die ganze Zeit die Produkte vorstellen. Egal! Egal! Nein! Nach dem Hallo! Gibt's ein Toast-Froppet-Ei? Was? Aua! 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 Au! Das klingt echt wie Baluigi. Wer? Ich. Du! Ja? Ja, was denn jetzt? Ich, du? Hä? Keine Ahnung! Ja! Ich habe fünf getroffen! Woo! Ich habe dich getroffen! Woo! Haha! Aaaaah! Ja, okay. Hat geklappt. Aaaaah! Blau Panzer! Blau Panzer! Blau Panzer! Blau Panzer! Ach, ihr seid doch blöd! Ihr seid doch! Aaaaah! Ich fahre als... Oh, was... Was war das denn jetzt? Ey, was geht's? Hey, ich hab... Danke für deinem Pilz! Maps-Geschwindigkeit! Maps-Geschwindigkeit! Aaaaah! Au! Ey! Ja, hau ab da vorne! Ich versuche... Aaaaah! Das darf ja echt nicht wahr sein! Alle drei! Nein! Komm! Komm! Alle drei! Warum bin ich noch klein? Aua! Komm, komm, komm! Mann, was soll der Kackmiss! Alle drei... Alle drei sind runtergeflogen! Ludwig, Baluigi und... Ja, den anderen! Der andere! Och, meine Freizeit! Nee, Löhr, nee, nee! Ich hab gedacht, das funktioniert! Nee, ich bin nach Schoß gefahren! Brauchst gar nicht dran denken! Oh, nee, nicht schon wieder! Und wir pumpen der Schoß! Au! Und der fliegt auch noch rein! Ja! Ja, Mann! Ich versuch's ja! Mann! Mann! Ey! Computer schubst mich hier voll weg! Jetzt hab ich nichts gekriegt, was den Scheiß bringt! Ja, was hier! Gut gemacht vom Tutor! Ich hab euch... Ich hab euch extra... Nein! Ich seh's noch immer! Ich guck da hinten und seh noch wie... Wie der Name nach unten fliegt! Na, Waluigi, wo bist du? Ich bin ganz weit hinterm Hintertürchen! Du bist mit hinterher gesprungen, hä? Ja! Immer diese kurzen Strecken hier! Inkling Junge, Ludwig, Katzen, Peach... Sind das nicht die? Aber wenn das nicht manchmal... Wenn ich jetzt auf den Inkling Jungen umsteige, krieg ich dann die 15 Punkte vom Inkling Jungen gut gesprungen? Hä? Du steigst da dann oben! Das heißt, er kriegt deine Punkte und du seine! Und er kriegt die von... Blblblblblblblblblblblblbl Blblblblblblblbl Wui! Wui! Mario! ich hab den pilz der war ganz schön ich bin schein kein pilz den kannst du gern haben ich gebe gern ein pilzer ja natürlich ich habe jemand ich wusste gar nicht dass das so ein speed streifen war direkt darunter wenn man da runter fällt was passiert hier gerade was ist das für ein stil den habe ich gekriegt ja das kann doch echt nicht sein der malin gewinnt immer nur aus glück aus prinzip das kann doch nicht sein wir mögen zwar mehr punkte gewinnen aber ich gewinne die herzen bei der 150sten und steht 150 wir können ja mal 180 oder was die höchste zahl da ist mal spielen das sind glaube ich 48 oder sowas ja dann lass uns doch mal 48 spielen wir ja nö nö so ein 8 so ein 2 stunden leisten würde es ja dann ne also wenn man alle strecken macht dann wenn dann nur 200 ccm ansonsten auch zu lang ja ach man das machen wir bestimmt in der nächsten folge wenn wir mal mehr zeit den krieg ja der lexus ja natürlich ich muss erster werden mal das ist immer mein gameplay es ist mein charakter es war meine strecke also werde ich auch gewinnen nein ne banane ne jetzt kriege ich das richtig auf den sack das ist einmal hinten kommen die computer und hier machen wir ach man ja ja Mist ich hasse Mist nein das ist nicht Bernd das Brot und wegen dir war nämlich geschubst das habe ich nicht hau ab jetzt dann trifft er das nicht selbst ja ich hab ne bombe ja ich hab ne bombe komm her mein Schatz hau nein hau 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 die bombe hatte ich schon vermisst blauer Panta hau ich hab mich grad mit meinen eigenen Bananen abgeschossen ich werd bekloppt ich werd jetzt immer gebrauchen blut mich ich auch hau so ein Rotz hau ich find's gut hau hau was machst du denn da real ach man ok ich find's auch nicht so gut am Rand ist mal schneller der fährt einfach über die Fakten ja ich hab ein Dauerpilz ein Dauerpilz verdammt jawoll ist egal komm let's go zweiter ist ok sechster endlich krieg ich auch mal wieder ein paar Punkte hier ooooh 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 ach komm jetzt schmeichelt euch nicht so bei mir ein ach komm jetzt schmeichelt euch nicht so bei mir ein da hab hab ich sie nachher habe ich sie wer ist vor mir ach hätte ich ein grüner getroffen hatte ich ein grüner getroffen ich weiß nicht ach du habe ich auch das kann doch jetzt echt nicht sein natürlich mach du nur Da kommen sie an. Das kann doch jetzt sein. Siebter. Och Mensch. Hast du nicht gesagt, anstatt auf den ersten und den zweiten zu kommen? Schon wieder. Dieser eine Punkt. Unfassbar. Besser Kacken. Na gut, Leute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Danke nochmal fürs Zuschauen. Das war Mario Kart 8 Deluxe auf Nintendo Switch. Mit Schmarven, Schreer Lexus und mit mir. Von Löwe, GameBlessards Hobby. Danke fürs Zuschauen. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, danke fürs Zuschauen übrigens. Und wenn es euch übrigens gefallen hat, danke fürs Zuschauen, dass ihr natürlich unten noch einen Link dazu habt zum Zuschauen und natürlich zum Spenden. Und zum Zuschauen. Zum Unterstützen. Das Geld kommt zum Zuschauen. Bei einer Playstation 5, damit Löw im nächsten Jahr God of War Ragnarik spielen. Und durchspielen kann. Genau. Auf der schwierigsten Stufen natürlich für euch. Ich versuch's zumindest. Und danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.